So, nach erfolgreicher Jagd gestern und einer Mountainbiketour heute in der Früh gibt es jetzt ein gutes Frühstück. Guten Morgen lieber Thomas, das ist nett, dass du schon Frühstück herkriegt dort hast. Da werden wir es uns jetzt gut gehen lassen und ich werde jetzt gleich ein gutes Omelette machen. Warte, wie das heiße, halte ich sicher 35 Grad. Man spürt es jetzt schon, es hat schon jetzt, glaube ich, 24 oder 25. Circa, ja. Herrlich. Das geht jetzt echt schlecht. Ich glaube, wenn wir nach Witzhans fahren heute, Shark Diving, oder? Das machen wir, ja. Nach Witzhans. Witzhans gehen wir Shark Diving, ja, das ist super dort. Da kannst du schön ruhig kommen, ein gutes Sand Diving machen. Gute frische Fisch essen. Ja, genau. Das machen wir gut fürs Markel. Ja. Ja. Ja.